Hallo und herzlich willkommen zum vierten Part, vierte Mission, Shank 2, Lost in Ruins, 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 ich, äh, finde die Wurfmesser irgendwie immer noch am geilsten, Granaten, und dann den neuen Skin, the Security Detail, mal schauen wie der so ist, der Skin. Sonst wechsel ich wieder zum richtigen, zu Shank quasi, aber geben wir ihm eine Chance, ähm, in dieser Mission, bisschen blöd dann auch mit der Zwischensequenz, aber naja. Jo, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, keine Ahnung, wo die Fackel herkam. In der Amazon, uiuiuiui, in der Amazon darf man zerschnetzeln, weil, ähm, in der Fall kein Grund ein, aber darf man. Das sind keine wirklichen, äh, Traum. Hey, halb preis für diesen, haha. Oh, ich bin auch noch so schlüpfrig. Und so wendig, so. Muss man mit der Kettensäge bearbeiten. Nicht ganz wie im echten Leben, also, äh, wenn ihr irgendwann mal auf Amazon trifft, haltet euch zurück mit eurer Kettensäge. Hat der schon so ein Maschinengewehr? Eine AK? So, noch, noch. Die Fackeln sind aber ganz schön, äh, üppig verteilt hier eigentlich. Ey. Das ist ein Bomben. Das, oder wie? Das sind Bomben. Ich dachte, das sind Leichen. Hä? Ich dachte, das sind Leichen. Yo, Hunde. Hast du Hunde? Ich treff nicht. Ach. Die sind jetzt in irgendeinem, so einem, so einem, so einem, so einem, so einem Tempel. In so einem, Maja-Tempel. Äh, oder von Amazon. Naja. Wir müssen nach oben lang. Jo. Erstmal muss ich die Dame erledigen. Dann kann ich auch den Herrn erledigen. Zack. Wow. Ja. Der zieht ja gar nicht so viel ab, ne? Nee. Ich bin noch halbem Leben abgezogen. Noch mehr von den Damen. Ist das eine Ferieninsel? Intruder. Intruder. Ich bin noch halbem Leben abgezogen. Solche Gegner muss man von weitem schön mit Messer bearbeiten. Ich bin zu flink für den Nahkampf. Deswegen. Ich will die hintere nur erledigen. Denn bei der anderen will ich die Kontra-Attacke einsetzen. Zack. Gehe ich nochmal. Zack. Boah. So, jetzt, da wir die kleine erledigt haben, geht das auch wieder. Gibt es hier nichts zu trinken? Super. Doch, jetzt. Oh yeah. Die kann also fliegen. Sie hat, äh... Was ist, äh... Was ist, äh... Boah. Hast du Hunde? Zumindest in diesem Spiel. Im letzten Spiel auch schon. Also im ersten Teil. Sie springen einen an und dann... Packen die einen. Das ist... Dann kommt man da... Erstmal bekommt man voll viel Schaden. Ah, ja. Was mache ich jetzt? Ach so. Oh, es sind ja zwei Wände hier. Ich habe nicht gesehen. Wow. Ja, wer... Wer kann denn da mit rechnen? Den Köter habe ich schon mal. Zack. Mann, Mann, Mann. Ey, cool. Wir können... Oh, ho, ho. Wir haben Knochen. Cool. Diese Kleinigkeiten... Versuchen hier das Spiel. Wer will einfach nicht dazulernen. Verwinkelte Dänne Das nehmen wir mit, die Fackel Springen über den Abgrund Springen über noch einen Abgrund Trampolin, das ist ja gar kein Trampolin Ja Die sind glaube ich Scheu gegenüber Feuer Komisch Keine Chance Kann die sogar in der Luft greifen Das ist so cool Das mache ich glaube ich jetzt ein paar Mal öfter Ey So Trinken Schildchen hier Was? Willst du gegen meine Kettensäge machen? Oh Hunde Hunde, 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 Hunde Man vs. Wild Oh, hingefallen Oh, hingefallen Oh, ein Wildschwein Wickel ist ja eine mega effektive Waffe Immer schön aufpassen hier unten Oh, shi Oh, yeah Scheiße Kommt alle hoch Ah Zack Zack Das Wildschweinchen macht echt viel Schaden Jo Komm mit so einer Resident Evil Axt Im fünften Teil hat der erste Boss quasi auch diese Waffe Jo Tut ja gar nicht weh, ey Mann, Mann Da ist zum Glück Oh What the Ey Hätte man das sehen können Ich glaub schon Ich bin einfach zu blöd Wee 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 You're no match for me You're no match for me In der Diab What do you got, boy? Roselle The Cult Leader Roselle, the cult leader Roselle, the cult leader Roselle, the cult leader Yo! Und zurück mit dir. Scheint eigentlich so schwer zu sein. Obwohl ich mich jetzt ein paarmal hitten lasse von mir, aber scheint ja auch nicht das Problem zu sein. Jo. Jo. Hauptsache. Hauptsache die explodieren. Okay, ich sollte aufpassen. Okay. 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 Okay.